Musik Bei Beuna im Saale-Kreis sind Archäologen auf einen besonderen Fund gestoßen. Im Vorfeld des Neubaus des Zubringers L178N zur B91 durch die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt für das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt derzeit archäologische Untersuchungen durch. An der Fundstelle nahe der L178 wurden bisher fünf Körperbestattungen aufgedeckt, die in einem direkten räumlichen Bezug zueinander stehen. Doch was macht diesen Fund so besonders? Projektleiterin Dr. Susanne Friedrich erklärt es im Interview. Wir stehen hier in einer kleinen Geländesenke und wir haben entlang einer möglich ehemaligen Straße einige Gräber aufgedeckt, momentan sechs Stück, es könnten aber im Verlauf der Grabung sich noch mehr abzeichnen. Wir sind in der Glockenbecherzeit, also 2200 vor Christus. Und das ganz Besondere an diesen Bestattungen ist, dass sie eine obertägige Markierung hatten, die wir heute noch erkennen können. Und zwar hatte man die Gräber etwa einen Meter, anderthalb Meter tief in den Boden eingebracht. Und an der Oberfläche hatte man sie mit Sandsteinblatten markiert, damit es zu keiner Wiederaufgrabung gab, zu weiterer Benutzung oder Verdichtung des Bestattungsplatzes. Und das ist für uns einmalig, dass wir diese hervorragende Erhaltung haben, dass sich die obertägigen Markierungen erhalten haben. Und da kommt uns die Natur zugegen. Wir sind in einer Senke. Hier hat keine Erosion stattgefunden, sondern eine Ablagerung, sodass wir 1,50 Meter hoch archäologische Befunde dokumentieren können. Aus einer Bestattung konnten Feilspitzen aus Feuerstein geborgen werden. Neben vier dieser Gräber konnte jeweils eine Steinsetzung aus Sandsteinplatten dicht unter dem heutigen Flughorizont entdeckt werden. Sowohl die Steinsetzungen als auch die Bestattungen liegen in einer geraden Reihe hintereinander und erstrecken sich in nordwest-südöstlicher Richtung. Die Bestattungen liegen ca. 60 Zentimeter tiefer als die Steinsetzung. Doch warum haben unsere Vorfahren ausgerechnet dort ihre Toten bestattet? Das ist eine spannende Frage, sich zu überlegen, warum hat man wo gesiedelt, warum hat man wo bestattet. Zum Siedeln hat man sich gern auf eine Kuppe begeben, da ist es ein bisschen trockener. Man hat auch seine Felder direkt dabei gehabt und möglicherweise war die Senke nicht optimal geeignet gewesen als Wohnplatz oder zur landwirtschaftlichen Nutzung. Und so hat man aus dieser Situation das Allerbeste gemacht und hat es als Bestattungsplatz genutzt. Auf den Steinen sind leider keine Symbole oder Namen. Es handelt sich um unbehaune Felsgesteine. Doch genau das macht die Arbeit für die Archäologen so interessant. Dr. Susanne Friedrich erzählt uns im Interview, was jetzt als nächstes mit den gefundenen Skeletten passiert. Die Skelette sind momentan freigelegt, sie werden in den nächsten Stunden beprobt. Wir nehmen Proben vor DNA-Untersuchung, vor Isotopie-Untersuchung und vor die absolut chronologische Datierung. Dann werden die Knochen herausgenommen, werden gereinigt und sie werden sicherlich bald weiter wissenschaftlich bearbeitet. Denn wir haben hier einen einmaligen Platz, wo man sich überlegen muss, ob möglicherweise eine ganz besondere Gruppe der Glockenbecherkultur, der Träger der Glockenbecherkultur bestattet wurden. Und egal was bei den Untersuchungen der Gräber, die ca. 4400 bis 4800 Jahre alt sind, herauskommt, Eines kann man mit Sicherheit jetzt schon sagen. Unseren Vorfahren waren auch früher schon die letzten Ruhestätten ihrer Toten sehr wichtig. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020